Moin und morgen Leute um ja die nächste Folge Overwatch mit dem lieben Multiman mal wieder Möhm Möhm ja ähm ja ich würde sagen ja 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 ähm diesmal nämlich ich möchte dieses Mal Damage spielen wie ich auch schön schön oh wir machen wir machen Western-Duo oh ja ja Western-Duo äh ich habe übrigens dieses Hanso-Bild da drin aber ich bin kein Hanso-Player es war nur das einzige was mir so zum Teil gemundet hat er findet Hanso einfach attraktiv ja hier äh Western-Duo nennt sich Ash und McCree ja natürlich McCree McCree ich hab den Teufel der Teufel würde sterben ja ähm falls jemand von euch ähm keine Oberbote-Memes kennt ey ist der Teufel und wir wissen es eigentlich alles ja 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 mir geht es auch auf die Nerven ja ja muss in meinen Western-Partner ah da vorne tanzt er rum ich tanze nicht Tanzmann 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 Oh mein Gott Bam Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh der Teufel der Teufel will mich angreifen Leo der Teufel Oh mein Gott Ah der Teufel Hätte ich fast gerecht oder ich hätte ich fast gerettet Sachen oder so Rech mich Oh der Teufel mit seiner Wand, alter Ah Karge Das zahl ich dir Alter Genji geruft gerade irgendwas japanisches japanisches ich verstehe einfach Spiderman 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 Das okay Sparkey Oh mein Gott Oh mein Gott die hat da zwei solche Scheiß Bambam Dinger hingemacht Au auch Henson 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 hat mich wieder gekillt Oh man Ist er nur skarmisch Ist er nur skarmisch Ist er nur skarmisch Hattel mich würden machen oder ich werde gleich wütend Bam Allo Peng Boom Zack Watz Peng Boom Zack Oh mein Gott Das sind die zwei japanischen Brüder da vorne Ja die Japanos gegen die ähm Western Gegen die Western Ja Das sind so zwei Familien Ja die Japanos Die Japanos Die Japanos Oh mein Gott und Ähm Pang 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 Alter Du bist grad einfach so Kylo Hast du das gehört? Du bist grad so Er knallt auf den Boden und sagt so Kylo Alter Was sagt der Was sagt der normalerweise wenn das auf den Boden knallt? Boom Oder sowas Ich hab einfach ne geile verstanden Oh mein Gott da ist der Teufel Oh mein Gott ich werd von dieser Scheiß Ähh Smetra Ja Ne Ich 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 Ja hoffentlich Oh mein Gott die Japano Brüder schon wieder kommen vorne ein Schiff hin Als nur einer von den Japano Brüdern Und der Teufel ist da vorne auch noch und ich hab noch 31 Leben Ich hab hier grad noch mit ner Widowmaker zu arbeiten Oh mein Gott ja die wollt mich grad töten Oh mein Gott oh mein Gott hat man das gesehen Sieht man das? Ich war grad in diesem Ich war in diesem Schiff drin Guck euch das an Und dann knallt sie mich ab Das hat sie mit Absicht gemacht Die Oh man Wie fühlt sich jetzt? Ja Alter diese Scheiß Wiesomekar 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 Oh mein Gott das war so eine Scheißaktion einfach Oh mein Gott Das stimmt Ja Oh mein Gott Oh mein Gott der Teufel Oh mein Gott mein Aim Oh mein Gott Oh mein Gott ich hab nicht gerecht Dankeschön So viel in Altzeit dann gesagt alter Warum hassen wir alle Mei weil Mei der Teufel ist Ja Alter Töder Keilux sagt Sag mal hört man das nicht? Ach nein hallo Hallo er sagt hallo Oh mein Gott er sagt hallo und Keilo Ich glaub wir sind jetzt hier schon 10 Minuten Oh Oh Ja vier Minuten Oh mein Gott das muss man ja schon fast drauf schneiden Obwohl das war ja nicht so geil gerade eigentlich Eigentlich Schon wird schon wieder Keilo Alter Alter Das hat die ganze Zeit Keilo Auch Keilo Töder Hört das hörst du doch auch wenn er hallo sagt das hörst du doch auch Bei mir sagt er hallo Achso Ja stimmt Wie ist das der Keilo Das mit dem Klug hat mit dem anderen nichts zu tun Oh mein Gott ich töte den Teufel jetzt Oh mein Gott ich hab den Oh mein Gott ich töte Oh mein Gott Alles klar ich hab ich weiß nicht was ich sagen wollte Heute den Teufel gerade mit mit Bob töten ich glaube ich hab's Oh mein Gott ich hab's nicht geschafft Der Teufel lebt noch Aber ich bin fast tot Oh mein Gott ich brauch healing Deswegen Hier er schnauft übrigens Er schnauft übrigens nicht so weil ihr kalt ist obwohl es hier arschkalt ist sondern weil es wenig Leben hat Aber man könnte es meinen weil sie Schnauft dir halt einfach Oh mein Gott oh mein Gott Wieso mein Karl Komm raus zeig dich Alter der Teufel schon wieder hier Mein Leute Teufel hier Ach man Alter Der Teufel ist der Teufel Alter Ist der Teufel tot Ich glaub du willst nicht wissen was ich gerade verstanden hab Verstanden hab Sag mal Hast du verstanden? Oh mein Gott das geht los Was hast du verstanden? Hallo Was hast du verstanden? Was hast du verstanden? Was hast du verstanden? Jetzt sag Hallo Ich werde freundlich Oh mein Gott oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ähm Hä? Äh Die Runden nennen wir dann einfach zwei Zwei nice Runden Übungsgefecht Ne Aber waren die überhaupt nicht nice? Doch die waren eigentlich tatsächlich nice Also von Commentary her Vom Commentary ja Ich werde das nicht Verdammt Verdammt Einen Moment kurz ich muss kurz Nase putzen Ich werde das nicht Verdammt Verdammt Einen Moment kurz ich muss kurz Nase putzen da oder was geht es wirklich los um ein Gott um ein das ist sicher die ganze Jahrteils bis zu der Welt ganz sicher das wir machen ihr westerndu okay stimmt das ist ja jetzt die richtige Runde ja mein Van Helsing-Skin ist ausgerüstert hier mein Safari-Skin das passt zu Safari, ah egal äh ey ich muss immer gerne Mann obwohl ich nicht mehr müde bin ja Alter was ist das hier oh mein Gott wie heftig so digitale Straßenscheiße richtig nice will ich auch haben als ob 6 Stück oh mein Gott so viele Leute kratten insgesamt wie schließen die Sonne ist da noch gar niemand auch karge da ist noch keiner hergelaufen oh mein Gott oh mein Gott wenn ihr eine Millisekunde später hergelaufen werden nicht tot ich sag's dir oh mein Gott 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 n n n n n n muss man sich auf jeden Fall mal angucken die Folge geht jetzt 21 Minuten wahrscheinlich ne ich jetzt mal 25 Minuten ungefähr wie das so ne lange Folge die Folge geht jetzt die Folge geht jetzt wahrscheinlich 25 Minuten ungefähr wenn ich mehr weil ich mein ja wenn ich mehr stimmt ja ne obwohl wir waren wir waren sieben Minuten skirmisch jetzt die sieben Minuten das 15 bis 20 Minuten länger niemals au oh krampf im oberstenkel wie die talk hier aus dem Bett aus dem Ikea Bett aber wenn das überhaupt Ikea Bett ist ich weiß es gar nicht wahrscheinlich aus aus Dänemark wo es kein einziges dänisches Bettenlager gibt es ist halt einfach so aber zumindest da wo wir waren gell da war halt einfach kein dänisches Bettenlager da bin ich jetzt schon wieder nimmer oder was hört man mich noch hallo hört man mich noch hier hallo ja eric was ist hat man mich jetzt die ganze Zeit gehört oder hat man mich gerade das wieder gehört ich hab ich gerade das wieder gehört also ich hab die kraft von Dänemark erzählt also das ist in der NL ich hab gesagt hier im Winter draußen aus dem Ikea Bett da ich mich verbessert sagt ja ich weiß es überhaupt Ikea vielleicht ist es aus dem dänischen Bettenlager aus Dänemark wo es kein einziges dänisches Bettenlager gibt aus zumindest da wo wir waren weil es halt wirklich so ist es war schon irgendwie ein bisschen es war schon irgendwie komisch aber auch interessant interessant mal kein dänisches Bettenlager zu sehen so ist es oh mein Gott das ist ja ein Gegner das wärst du obwohl wir gerade zu bestand du haben oh mein Gott au 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 was ging gerade hier ab ach das ging also ab sag mal Chef hat schon wieder geschrieben ich habe mich noch ja muss jetzt hier alle alle zwei minuten fragen hört man das also ich mache ein kill einen kill und er schaut raus ich bin brandgefährlich ich hab ein kill gemacht warum treffe ich jetzt das scheiß TNT nicht alle wollen wir stehen jetzt überall Kai Lowe anders ist einfach Kai Lowe aktiv verstehst immer Kai Lowe wie es sagt Kai Lowe aktiv Kai Lowe aktiv jetzt nicht wenn man mal wieder da kann das könnte so ein protein sein oder sowas Kai Lowe aktiv oh mein Gott geil jetzt ist die Frage soll ich die zwei skirmisch runden rauf schneiden oder drin lassen das stimmt das war ne Frage ich sag was denn das stimmt ja was denn jetzt drin lassen oder nicht böse der Chef ruft gerade an hä hauptsache er ruft an legt aber gleich wieder auf ja Chef Moin Moin schau mal jetzt schon wir sind gerade auf aber danach dann was macht ihr nimmt gerade Oro wasch auf Oro Oro er hat ich schrei ich ich rufe an wenn wir hier fertig sind ne mhm wie lang dauert es ungefähr 5 minuten 5 5 ja nur ja ja er ruft dann wieder an ja mein hauredo 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 für die leute die sich wissen hauredo hast tschüss st er hat er hat er hat er hat er hat niemals von 7 Minuten skirmisch und Prozent Prozent sieben Minuten hier den ist nicht schon Weihnachtslied alles klar also Männer und Frauen das war's mit einer super tollen Overwatch Folge bis zum nächsten Mal vielleicht bis gleich